So Leute, jetzt geh ich mal ein bisschen durch den Wald. Ja, so sieht die, gibt es hier direkt so einen Weg. Ich habe gerade meine Oma und mein Opa getroffen. Die sind auch, also so weit geht der Wald hier ganz weit weg. Und ja, gleich kommt diese Stelle, wo ich dann immer mal war, wo ich immer aufgenommen habe. Hier oben gibt es auch ein Signal, das ist das eine Signal, wo ich mal schon gefilmt habe. Die Videos sind, Link ist in der Beschreibung zum Video, wenn ich es nicht vergesse. Aber ich glaube eh nicht. Ich habe auch bei die Zugbieder fast gar keine Beschreibung. Muss ich auch mal erstellen und sowas. Werde ich mal über das Wochenende wahrscheinlich mal machen. Oder so, vielleicht ist sie ja sogar schon drinnen, kann ja auch sein. Ich schätze mal, aber ist sie eh schon drinnen, glaube ich. Oder gar keine, ich weiß ja nicht. Ich habe auf jeden Fall, weil ich will mir auf jeden Fall mehr Arbeit bei meinem Let's Player Kanal geben. Und ich mache auch Let's Plays. Link ist in der Beschreibung zum Kanal. Und ja, bis später. Das ist die Stelle, wo ich schon mal war und haut rein. Bis später, tschü tschü. Das ist die Stelle. Das ist die Stelle.